So, Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part New Super Mario Bros. für den DS. Jawohl, im letzten Level haben wir hier die Wüstenregion erreicht und wollen uns jetzt hier das untere Level mal anschauen. Ich kenne das Level noch und ich weiß, dass es ein richtig behindertes Level ist, denn da unten seht ihr den Typen. Das ist so ein dreckiger Fisch, Alter. Und er wird das jetzt die ganze Zeit versuchen. Ich hasse dieses Level jetzt schon, Leute. Leute, ich weiß noch, wo ich das Level mal angezockt habe, gestern oder so. Hups, angezockt, nicht richtig. Wow, Leute, habt ihr den Move gesehen? So, das haben wir schon mal geschafft. Also, als ich das Spiel mal wieder angezockt habe, dann ein paar Level spiele ich manchmal, wenn ich keine Lust habe, beziehungsweise mal irgendwie Freizeit habe oder so, dann spiele ich ein paar Level für das Let's Play 4, damit ich ungefähr weiß, was passiert. Und da hat mich dieses Level so was von unglaublich aufgeregt, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. So, Halbzeit haben wir erreicht. Und da unten gibt es auch eine neue Feuerblume, falls wir uns eine neue gönnen wollen. Wow. Nein! Wisst ihr, dieses Level ist auch sehr richtig an Pech. Ja, du kannst einfach nichts dagegen machen. Habt ihr gerade gesehen? Er hat sich genau da abfallen lassen. Das kann ich jetzt nicht so ganz genau ausdrücken, was ich damals meine. Aber erst mal muss ich hier rauf und die Feuerblume aktivieren, denn sonst wären wir hier schön gewonnen hättet. Zack. So. Das, ne? Da komme ich nicht so einfach ran, ne? Ähm, zack. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier das Teil ist. Nein, natürlich nicht. Und... Wow! Ich habe es geschafft, Leute. Habt ihr gesehen? Ich bin unter ihn durchgeschwommen. Das war richtig gut gemacht von mir. Oh, Eigenlob stinkt da, Leute. Aber das war echt gut gemacht. Da kann mir keiner was sagen. Und... Jawohl, Leute. Da können wir auch noch rein, denn ich weiß, dass hier die dritte Starcoin ist... So. Aber vorbei ist es hier noch nicht, denn hier kann man noch runter. Jawohl, Leute. Ich habe das Level hier... Ich zum Glück jetzt im ersten Versuch geschafft, ähm... Als ich das gestern gespielt habe. Boah. Das hat mich so angekotzt. So, jetzt muss ich nur irgendwie hier rauf. So, ähm... Zack. Boah, der Sprung war knapp. So, jetzt da. Und rein da. Gibt es eigentlich einen extra Ausgang? Jawohl, hier gibt es sogar einen extra Ausgang. Okay, wie komme ich jetzt da rauf? Wartet. Äh, so. Wow. Ich muss auch draufbleiben. Ah. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Aber hier durch kann man. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Oder vielleicht noch hier? Nö. Ähm... Zack. Och, Leute. Da muss ich mit Andorfreien. Zack. Boah. Mann. Das ist schwerer. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich leiser sprechen soll? Denn im Nebenzimmer schläft jemand. Ich hoffe, ich hab das erwähnt. Falls ich ein bisschen leiser bin. Und... Zack. Och, 4000 Punkte, aber es passt schon. Jawohl. Mario geschafft mit allen drei Star-Coins. Och, Leute. Und ihr seht, das ist nicht der reguläre Ausgang. Und der wird uns jetzt... Jawohl. Der führt uns dann zur Kanone. So. Benutzen? Benutzen will ich sie aber nicht, weil ich... Ich glaub, sie wird mich wahrscheinlich in Level 1 irgendwie zurückhauen. So, wie sie ausgerichtet ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir das Level aber natürlich nochmal nochmal durchspielen. Und damit wir auch den anderen Eingang finden. So. Ich hoffe, ich kann das mal in Speedrun-Manier hier machen. Erstmal hier die Feuerblume abholen. Geh weg, Digga. Ich hasse dich. Ah. Hab ich nicht getroffen, aber... Der Cooper trifft mich dafür. Ja, treff mich doch. Treff mich doch. Ich krieg doch eh eine Feuerblume. Ha! Was willst du machen? Dumme Scheißvieh. Ich hasse das Ding wirklich. Ich hasse... Seht ihr das? Seht ihr das? Manchmal hast du einfach nur Pech. Du kannst einfach nichts dagegen machen. Dreckiger Bastard. Ich hoffe, du kriegst irgendwie Fischkrebs oder sowas. Ich hoffe, es gibt irgendeine Krankheit, die dir möglichst viel schadet, du dreckiges Scheißvieh. Ich hasse dich. Warum? Ja, warum wohl? Nein! Zack. Seht ihr einfach... Manchmal ist es einfach nur Pech. Dann kannst du nichts dagegen machen. Aber mittlerweile kenne ich das Level auswendig. Also wer Hilfe braucht, schaut euch einfach nur diesen Part an. Dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Ach Leute, dieses Level ist so dreckig. So. Zack. Und darunter. Da hast du... Hier ist der Normalausgang, genau. Und... Zack. Wow, wir sind ziemlich weit in der Luft. Hier können wir uns einmal fallen... Na verdammt, jetzt hab ich's verkackt, aber ich hab keine Lust auf dieses Level mehr. Deswegen... Ben ich's einfach schnell und dann haben wir... Das ganze Zeug hier unter uns. Und zack. Fahr nur nach oben. Und wir kommen... Ah, zu der Röhre, Leute. Also ihr seht, dieses Level ist wirklich so... Hier geht's zur Kanone. Und hier geht's zu der Röhre. Also zwei Dinge, die eigentlich... Abkürzungen sind. Jawohl. So, aber jetzt machen wir schon mal dieses Level. Denn dann sind wir sogar schon nach dem Level. Im ersten Turm. Ach, die guten alten Sand-Level. Da hab ich nichts dagegen, Leute. Aber gegen solche dreckigen Level wie... Fick dich. So. Bleib stehen. Ach, Riesenpilz. Jawohl, Leute. Here we go. Und zack. Jetzt wird erstmal alles hier zerberstet. Aber natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwo runterfällt. Ach. Jetzt kann ich mir die Star-Kreuer nicht holen. Dann machen wir das Level halt nochmal. Mann, ich möchte da runter, Digga. Und ich komm hier nicht raus. Geht nicht. Toll. Das hat sich jetzt... Naja. Nicht so krass genug. Jetzt muss ich hier, glaube ich, einen Wandsprung machen. Sonst komm ich da nicht mal rauf, oder? Doch, ich komm noch rauf. Wow. Ich bin fast runtergefallen. Und zack. Warten, bis die Piranha-Pflanze wieder draußen ist. Jawohl, geschafft. Und hoch und hoch. Jawohl. Hä? Wo kommen die Gumbas bitte her? Wo sind die bitte... Wie sind die bitte da raufgekommen? Das wollen wir jetzt einmal mal verraten. Wie sind die Gumbas da raufgekommen? Boah. Aha. Hier ist ein geheimer Gang. Als... Winzling, okay. Schade, dass wir vor uns nicht in der... Ihr wisst schon. Hier ist das gut Stück. Ähm. Fragezeichenbox. Wow. Das war knapp, Leute. Fragezeichenbox. Einen Mini-Pilz gekriegt haben. Da hätten wir nämlich hier das geheimnis des Level, sage ich mal, erkunden können. Aber das können wir uns ja merken. Oh. Nein. Nein. Ich hasse dieses Spiel langsam. Langsam oder sicher, Leute. Ihr werdet mich am Ende in der achten Welt so wirklich deprimiert sehen. So wirklich so, warum habe ich dieses Let's Play angefangen? Wieso tue ich mir das an? Ja, das meine ich. Ich bin der Über-Nupen-Mario wahrscheinlich. Ja. Schaut euch das an, wie scheiße ich bin. Ich bin ja wohl die größte Über-Nupen-Mario überhaupt. Und dann spiele ich dieses Spiel auch noch. Ach, oh ne. Jetzt bin ich auch nicht mehr groß genug, um das... Zack, 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 zack. Okay, hab's doch noch geschafft. Und das, schaut, Leute. Das war wirklich Glück gerade. Das war wirklich Glück gerade. Das war kein Können von mir. Das war wirklich nur Glück, dass ich das jetzt überlebt hab. Aber wie komm ich da runter? Okay, aus einer Röhre anscheinend. Das Ding kann fliegen. Mit dem will ich mich nicht wirklich anlegen. Und hier ist Halbzeit, oder? Ich meine noch nicht. Hm, löst hier keiner. Doch, jetzt ist Halbzeit. Hä, jetzt hab ich ein Problem. Ja, das meinte ich. Jetzt hab ich ein Problem. Hä? Hier muss es irgendwas geben. Denn, ja. Hier ist ein Schalter, die wahrscheinlich nicht aktivieren muss. Schaut mal, wie viele Viecher da kommen. Zack. Wir haben ja noch die gute alte Stampfattacke. Die lässt uns nicht im Stich. Ja, wie komm ich da jetzt? Gescheit rüber? Gar nicht, genau. Wie soll ich denn da als Winzlingurie gescheit rüberkommen, ohne Anlauf? Egal, wir hatten ja die Halbzeit. Und zwar 20 Leben, weil so an den Leben mangelt es uns wirklich nicht. So, hier gibt's erstmal eine Power-Up-Pilz. Beziehungsweise Power-Up-Pilz halt einfach, ne? Ihr wisst Bescheid. Zack. Und den ausschalten. Jetzt begehe ich mich aber gleich mal hier rauf. Und. Versuch das. Ja, ich kann das nicht ohne Anlauf machen. Und. Ja. Wow, das war Glück. Wow. Wow, Leute, das war knapp. Und jetzt kommt dieses Drecksvieh. Und. Zack. Nein. Was mach ich jetzt? Bam. Boah, das war Glück, Leute. Ja, okay, Glück nicht. Das war gut gemacht. Aber. Jetzt habe ich keine Halbzeit mehr zur Verfügung. Und ich weiß, dass noch so ein Teil auf mich wartet. Und wir haben die zweite Starcoin verpasst. Okay. Das müssen wir uns merken. So. Ach nee, das Level ist vorbei. Puh. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein Typ. Ich glaube, der war an den Level davor, oder? Oder kommt der noch? Es gibt noch ein Level, wo der Kerl davor ist. Und. Boah. 2000 Punkte. Boah, draußen ist so ein komisches Motorrad. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Haufen wir es einfach mal. So, wie lange nehmen wir denn schon auf? 8 Minuten 50. Und dafür sind wir im. Ne. Im Tower Level. Und haben. Nichts. Aber es gibt eine Fragezeichenbox. Vielleicht gibt es die sogar mit einem Pilz. Also so einen Mini-Pilz. Dann können wir den gleich mal in dem Level davor nochmal testen. So. Okay, das ist das Level. Ne, es gibt einen Panzer. Okay. Zack. Okay, Leute. In dem Level werden wir ein bisschen viel rumspringen. Also immer von diesen Teilen hier. Aber das werdet ihr dann auch sehen. Gibt es hier eine Power-Button? Wow. Zack. 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 Ja, hier gibt es eine Blume. Ups. Ups. Zack. Mann. Ich möchte das Ding noch... Wow, jetzt gab es einen Leck. Ich hoffe, den sieht man den Aufnahmen nicht. So, kurzer Leck. Deswegen habe ich das... Wow, Knochen-Trocken. Nicht gesehen. Hm. Wie das aussieht. So, da unten ist ein Knochen-Trocken. Okay, dann... Wir können... Ah. Also merken Leute, an diesem Zeug können wir uns hangeln. Da wissen wir noch Bescheid. So, aber Star-Coins rieche ich keine. Die sind wahrscheinlich hier ein bisschen kniffliger versteckt. Lassen wir uns mal hier hinter. Oh, der war knapp. Aber wir können uns per Wandsprung nochmal... Zack. Zack, mit Wandsprung wieder hocharbeiten. Und einfach mal hoffen. Okay, dann muss ich hier und damit anlaufen. Hab's geschafft. Okay, Leute. Nein. Ihr seht, da hinten ist irgendein Geheimnis. Das sieht man schon. So. Okay, hocharbeiten kann ich mir hier leider nicht. Und die Mütze baue ich nicht. Okay. Nein. Jetzt bin ich nicht abgesprungen. Jetzt muss ich von ganz von unten anfangen. Verdammt, Leute. Und ich habe nur noch 188 Sekunden Zeit. Das sind... Umgerechnet, wie viele sind das? Drei Minuten? Ja. Ach, nein. Jetzt wurde mir dieses... Spanzerteil da zum Verhängnis. Mann, ist das schwer. Mann, ist das schwer, Leute. Das ist wirklich eine schwere Stelle. Denn ich glaube, da oben ist bestimmt ein Star-Könn oder sowas. Wieso sollte das denn sonst so gut versteckt sein? Mann! Mann, Leute. Langsam. Langsam habe ich keinen Spaß mehr daran. Und wenn ich keinen Spaß mehr an diesem Spiel habe, dann lohnt es sich auch nicht, das aufzunehmen. Und ich hoffe... Ich hoffe einfach, ich kriege das jetzt mal. Das wird jetzt mein letzter Versuch. Ein Versuch... Mann, Leute. Ich glaube, der muss sich dann sowieso beenden oder sowas. Denn ich werde eh es nicht schaffen in der Zeit. Das kann man nicht schaffen. Ich mache doch alles richtig. Oh, Mann. Nein, Leute. Ein Versuch noch. Danach muss ich... Ja, ich schaffe das nicht mehr in einer Minute, das Ganze. Wow. Okay, der... Wow, habt ihr... Da unten... Oben ist was. Und ihr habt... Ich muss das Fenster zu machen, Leute. Einen Moment. Ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund gerade richtig laut. Mein Stuhl und dieses komische Motorrad da gehört. Irgendwas ist da gerade richtig abgedüst. Auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Endlich. Boah. Das hat mich jetzt aufgeregt. Und was ist hier jetzt oben? Was hat sich jetzt dafür gelohnt? Ist mein Headset noch an? Ist mein Headset noch an? Ja, ist noch an. Puh. Hier können wir uns auch noch irgendwas holen. Wow, 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 wow. Nein! Komm runter, bitte. Ah, jetzt muss ich einmal raus und wieder rein. Boah, Leute, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie. Ich habe mir viel zu... Ich habe viel zu lange gebraucht. Aber es geht ja auch darum, alle Geheimnisse mal zu erkunden. Und das würde euch bestimmt auch interessieren. Zack, 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 zack. Das ist ein Stark holen. Nein. Egal, die können wir uns noch holen. Die können wir uns holen, wenn er zurückkommt. Kommst du zurück? Wir müssen im richtigen Moment hier raus. Was? Wieso startet der ohne meine... Ach, Leute, ich glaube, ich weiß auch überhaupt nicht mal, was passiert. Wenn man die Zeit abgelaufen ist, stirbt man dann einfach. Das können wir jetzt eh testen, aber... Ihr wollt ja auch alle Geheimnisse sehen, deswegen machen wir das. Zack, 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 zack. Sobald wir da unten sind, müssen wir aussteigen. So, aussteigen. Schnell, 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 schnell. Und da runter. Das war so knapp! Nein. Bleib. Ja, Leute, jetzt will ich mal sehen, was passiert. Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Es passiert... Zeit abgelaufen. Und wir sterben einfach, oder was? Ja, wir sterben einfach. Aber Zeit abgelaufen? Auf jeden Fall haben wir ziemlich wenig Zeit. Wir haben 300 Sekunden. Das sind ungerechnet 5 Minuten. 5 Minuten für das ganze Level. Aber da ist, ähm... Nicht das Ziel ist, die Let's Play alle Starcoins zu kriegen, meiner Meinung nach. Sondern, dass wir das Spiel einfach mal durchspielen. Und die Starcoins machen wir wahrscheinlich danach. Deswegen würde ich sagen, wir wissen, wo das Geheim... Wir wissen, dass es dieses Geheimnis gibt. Und das, äh... Beruhen. Und das lassen wir darauf jetzt. Beruhen. Also, ich werde das jetzt nicht nochmal versuchen, denn ich möchte in diesem Part eigentlich schon noch die erste Burg schaffen. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass wir es vielleicht... Vielleicht mit ganz viel Glück sogar noch weiter schaffen, aber... Naja. Ich wollte unbedingt dieses Geheimnis sehen und jetzt wissen wir, was es ist. Und ich hasse Mario langsam. Leute, ihr werdet mich nach diesem Let's Play wirklich so fertig sehen, Alter. Da hab ich überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts. Wow. Und zack. Die Animation finde ich ganz cool, wie der da rüberklettert. So. Und hoch. Und hoch. Und... Oh Gott, diese Stelle, Leute. Ich geh ganz schnell weg hier. Ganz schnell darüber springen. Damit ich nichts mehr von dieser Stelle sehen muss. So. Oh, hier geht's ne... Zack. Zack. Reicht's einfach, wenn wir uns da durchfahren lassen? Nein. Ähm. Zack. Okay, das hab ich nicht geschafft. Da hab ich, ähm... mich einmal ein bisschen bewegte und dann war's schon vorbei. Ups. Zack, hoch da. Halbzeit erreichen wir es langsam, oder? Tudum. Ich weiß gar nicht, wieviel es da kommt, ich mich schon verpasst hab. Eine weiß ich. Eine weiß ich, die ich verpasst hab. Zack. Zack. Okay, Leute, diese Blöcke... Die lassen immer ein weiteres Ding erscheinen. Aber bei den Teilen war ich eigentlich immer ganz gut. Außer jetzt gerade. Natürlich, wenn ich gerade rede, dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren. So. So. Auf-Optional. So. Warum sag ich auf-Optional? Hä? Warum hab ich das jetzt gesagt? Ich hab irgendein Wort gesucht, um meine Konzentration hier zu steigern. Was auch immer, sag ich auf-Optional, alter Leute. Das ist ein Rätsel, das die Menschheit nie lösen wird. Und. Hmhm. So. Zack. Knapp, 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 knapp. Leute, wir sind beim Boss und wir haben kein einziges Dark Coin gefunden. Keine einzige. Das ist schon ein bisschen peinlich, Silber, ne? Ja. Oh man, ist das peinlich, Leute. Ich hab... Ist da oben was? Okay, da kommen wir aber nicht ran. Selbst wenn da was wäre. Okay, komm her. So. Fick dich. So, kann man eigentlich die auch so aktivieren? Ja. Zack. Leute, haben's geschafft. Schnell die Feuerblume aktivieren. Und, ähm, dann werde ich mir jetzt sowieso voll tot gehatet, weil ich kein einziges Dark Oil Level gefunden hab. Wie peinlich ist das denn? Okay. Na komm her. Zack, 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 zack. Und drüber gespringen und... Ganz, ganz easy, Leute. Das war jetzt echt nicht leicht. Äh, echt nicht schwer. Das war richtig easy. Und da springt er weg. Tschüss. Ja, da könnten wir uns... Wir könnten sogar schon in die große Buchse fort. Aber das haben wir gar nicht nötig, denn... Erstmal scheint hier das neue Level. Und zack, speichern wollen wir natürlich. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Und gespeichert. Jawohl, Leute. Das war's von dem Part. Bisschen scheiße, weil das sich jetzt so lange gebraucht hat an diesen Rätsel. Aber ich hoffe, das könnt ihr entschuldigen. Und dann sage ich euch, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bleibt schön. Puh, dich, keine Ahnung. Bleibt ganz... Macht, was euch gefällt. Ciao, Leute. Aufnahme beenden. So, jetzt. Ciao.